Hallo alle Fans, ich bin Andreas Krummrei und wir spielen eine Runde entweder, oder? Entweder Fortnite oder Fifa? Fifa, ganz klar. Ich spiele das ganze Leben und meine Jugendjahre. Ich habe nie Fortnite gespielt, glaube ich. Fortnite auch gut. Entweder Gaming-Session oder Date-Night mit der Freundin? Date-Night. Ich habe keine Playstation 2, ich bin kein großer Gamer. Lieber bin ich mit meiner Freundin, ich gehe irgendwo und mache einen schönen Abend zusammen. Tschechische Liga oder Österreichische Liga? Österreichische. Weil du Red Bull Salzburg spielst. Und deswegen habe ich auch nie tschechische Liga gespielt. Leichte Antwort. Kino oder Netflix? Puh, schwer. Wahrscheinlich Kino. Manchmal müssen wir auch zwischen Leuten gehen und ein bisschen Spaß machen. Snapchat oder Instagram? Instagram. Ich habe schon zwei Jahre kein Snapchat. Das war auch leicht für mich. Ja, Instagram ist schon besser, gell? Instagram ist besser, ja. Viel lustiger. Frühersteher oder Langschläfer? Ja. Früherstehen ist vielleicht für mich besser, weil dann kann ich mal einen längeren Tag halten. Das hat viel mehr zu tun. Aber einmal pro Woche ist auch nicht schlecht. Ein bisschen länger schlafen und ja. Gutes Zeit haben. Gutes Zeit haben. Hunde oder Katzen? Ich mag die ja nicht so viel. Aber Zoll in Tschechien haben auch Katzen und auch Hunde. Aber Katzen mag ich wahrscheinlich ein bisschen mehr. Katzen. Okay. Winter oder Sommer? Sommer. Ganz klar. Sehr klar. Ich hasse Winter. Ich hasse Berge. Alles. Singen oder Tanzen? Beide nicht. Einfach. Gar nichts. Sie sitzen und schauen, was andere machen. So. Android oder Apple? Apple. Ich habe auch ein iPhone. Apple. Ganz klar. Ja. Immer Apple. Netflix oder The Sound? Netflix. Echt? Ja, beides. Besser ist Fußball? Ja, beides. The Sound ist besser Fußball, Netflix ist Filme besser. YouTube oder Twitch? YouTube. Ganz klar. Das ist einfach. Glacerasieren oder für ein Jahr meine Musik hören? Deine. Deine Musik? Ja, meine Musik. Ich weiß nicht, wie deine Musik ist. Tschechische Rap. Es ist nicht schlecht. Deine Musik hören. Joggen oder Radfahren? Radfahren. Ganz klar. Für dich auch, oder? Toyhüter. Actionfilm oder Comedy? Das ist eine schwierige Frage. Beides eher Comedy. Ja, Comedy. Ja, Comedy. Lieblingsfilm? Boah. Ich habe auch keinen. Ich glaube, ich habe keinen. Nein? Kein Lieblingsfilm. Also ich habe mehrere, die ich mag, aber ich kann speziell einen nicht so über alles lieben. Stadttrip oder Strandurlaub? Stadttrip. Echt? Ja. Okay. Überraschung für mich. Chaos oder Ordnung? Mischung aus beiden. Mischung aus beiden. Okay. Heimspiel oder Auswärtsspiel? Heimspiel. In der Red Bull Arena. Also besser. Nummer 8 oder Nummer 10? Nummer 10. Kapitän. Nummer 10 ist besser. Ja, liebe Fans, wir sind fertig. Also bis dann. Ciao.